Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast. Erfolgreich glücklich sein. Hier ist Christina. Katja. Und Walter. Von Herz über Kopf. Deinem Podcast, der dich dabei unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und heute ist Katja bei uns und sie hat eine Frage. Genau. Meine Frage ist, wie schaffe ich es, meine Kinder loszulassen? Also meine Kinder sind jetzt 13, 15 und 18 Jahre alt. Und ich merke, wenn die Kinder alleine sind, sind ja natürlich groß genug, dass sie auch alleine das Haus verlassen dürfen, unterwegs sein dürfen. Ich merke aber innerlich, dass ich da irgendwie immer noch so festhalte. Da ist von meiner Seite her so ein Klammern. Ich habe auch vom Universum für mich persönlich zwei Goldversionen im Loslassen bekommen, weil das sind meine beiden großen Kinder. Die sind halt von Geburt an, also sie sehen sehr wenig von Geburt an und die gehen auch mit einem Blindenstock halt durchs Leben. Das machen sie ganz entspannt und da sind sie auch sehr selbstbewusst. Aber in mir, ja, macht es, also ich bin total unruhig, wenn die alleine unterwegs sind. Und dahinter sitzt einfach eine große Angst, dass denen was passieren kann, dass ihnen ein Unfall passiert. Ja, aber auch allgemein denke ich, irgendwann, wenn sie vielleicht selbstständig sind, ist es also allgemein irgendwie so eine große Angst halt da, dass irgendwas passieren könnte. Und dahinter spüre ich auch noch, ich weiß ja nicht, was das Universum mit denen vorhat. Also wenn dann vielleicht auch mal irgendwas passieren sollte, dann fühle ich aber auch noch so eine Schuld, dass ich halt, wenn ich sie losgelassen habe, dann auch noch schuldig bin dafür. Das ist mein Thema. Also das heißt, du hast eine Verknüpfung in dir, dass einmal was passieren kann, wenn du sie jetzt loslässt? Ja. Also das ist ja eine Verknüpfung. Es könnte ja auch sein, dass was ganz Tolles passiert, wenn du sie loslässt. Aber die Verknüpfung scheint ja eher negativ zu sein. Ja. Hast du eine Idee, wo das herkommt? Also wenn, dann ist es was, also was ganz Altes, also aus meiner Familie oder auch von meinen Eltern weiß ich das jetzt nicht. Aber ich weiß von meinem Großvaterbereich so, da gab es mal eine Sache, dass ein kleines Mädchen im Teich hinterm Haus ertronken ist. So, das fällt mir spontan nicht so ein. Aber schon eine sehr alte Sache, ja. Nichtsdestotrotz, ja. Aber wenn man mal so neutral drauf schaut, geht es dir also zur Hälfte um deine Kinder und zur anderen Hälfte um dich. Also weil ich jetzt einfach mal, ich bin so ein bisschen provozierend damit, ja. Es geht nämlich darum, nicht schuld zu sein. Und das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Und dieses Gefühl, schuld zu sein, das, das ist etwas, was vielleicht, das ist das Erste, wo du ganz sicher bei dir bleiben darfst, ja. Weil es, es wirklich etwas ist, was oftmals ausgelöst wird durch irgendwelche Situationen, wie in der Familie mit Schuld umgegangen ist. Christina erzählt immer, bei meiner Familie musste immer einer schuld sein, ja. Zwanghaft musste einer schuldig gesprochen werden und dann war es okay. Und dass man dann sowas mitnimmt. Hast du irgend so eine Verbindung zu Schuld? Zu Schuld sein? Etwas falsch machen? Es richtig machen wollen? Irgend so in die Richtung? Also ich persönlich, ja. Ich fühle mich sehr oft viel schuldig und auch, dass ich was nicht richtig mache und was falsch mache. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche immer, alles richtig zu machen, ja. Ist das so eine Art Strategie, die du damals gewählt hast, als Kind oder Jugendlicher, damit du Anerkennung bekommst, damit du da sein darfst oder wie auch immer es bei dir war? Auf jeden Fall, ja, ist das eine Strategie. Ich glaube, das ist eine richtige Überlebensstrategie bei mir, so zu Hause mit meiner Mutter. Also alles immer richtig zu machen, ja. Auf jeden Fall. Weil genau da geht der erste Weg hin. Ich glaube, damit du einfach einfacher loslassen kannst, ist das dieses Schuldthema oder dein Überlebensmechanismus, dir anzuschauen, der darauf ausgerichtet ist, wenn ich alles richtig mache, dann ... Wie würdest du den Satz weiterführen? Und kann nichts passieren, so. Genau. Ich muss alles richtig machen, damit nichts passiert. Und ich glaube, da kommst du relativ schnell zu der kleinen Katja, die irgendwo angefangen hat, genau diese Strategie zu wählen. Du hast ja selber beschrieben gerade. Und je mehr du das löst, diese Verknüpfung, umso einfacher wird es mit dem Thema, mit deinen Kindern höchstwahrscheinlich umzugehen, weil es gar nicht um dich geht bei deinen Kindern, sondern weil du eher durch deine Sorgen deine Kinder beschwerst. Weil würdest du denn sagen, dass deine Kinder ... Wie alt sind die Älteren jetzt, die nicht so gut sehen? Ja, 18 und 15. 15 und 18. Glaubst du, diese 15- und 18-Jährigen sind größerer Gefahr ausgesetzt als andere 15- und 18-Jährige, die gut sehen? Ja, das ist auch noch so ein Muster in mir. Für mich ist, glaube ich, auch dieses Sehen, immer alles so im Blick haben und die Kontrolle haben, wichtig. Da fühle ich mich sicher. Das ist so ein Muster. Und wenn das natürlich nicht so da ist, dann habe ich auch keine Erfahrung, dass es vielleicht auch, also anders auch funktioniert. Beobachte deine Kinder. Ja. Du hast zwei Lehrmeister, die höchstwahrscheinlich sehr gut wahrnehmen, ohne dass sie gut sehen, die manchmal mehr sehen, als du siehst, ohne dass ich sie kenne. Ich weiß, dass Menschen, die nicht gut sehen oder gar nichts sehen, ein sehr großes Einfühlungsvermögen für Situationen, für Menschen, die entwickeln das automatisch. Und für sie ist es, die sehen mehr als du. Das heißt also, und zusätzlich sind sie durch das, was sie eben vom Leben mitbekommen haben, nämlich nicht so gute Augen, auch vor gewissen Dingen auf eine Art geschützt. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Doch, das habe ich schon mal ausgesprochen und ist mir auch schon bewusst geworden. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht Moped fahren, wenn sie mal stehen. Also ich erinnere mich, als ich 15 war, hatte ich ein gefrisiertes Moped und bin auf Partys dann betrunken mit dem Moped rumgefahren. Und es gab Situationen, die hätten auch anders ausgehen können. Und es gibt ja alle Arten von Möglichkeiten, wie 15- bis 18-Jährige so unterwegs sind. Das heißt also, das ist schon mal einfach wichtig, dass du dir das bewusst machst und dass du die Projektion von dir, von deinem Ich muss es sehen, dass du das auf deine Kinder drauflegst. Und diese Sorgen sind wie bleischwere Gewichte, nämlich deine Ängste, die du deinen Kindern um den Hals hängst. Und wenn man das merkt, dass du damit eigentlich das Gegenteil bewirkst, dass es deinen Kindern gut tut, dann wirst du merken, okay, ich darf vielleicht diese Ängste zu mir nehmen. Und das bedeutet, sie ja wirklich nach Hause zu holen, da wo sie hingehören. Sie gehören nicht zu deinen Kindern. Ich glaube, ich würde auch tatsächlich nochmal dahingucken, was damals war mit dem Großvater und dem Mädchen. Ich glaube, dass das von da an irgendwie wie so ein ungeschriebenes Gesetz immer so über euch schwebte, über die gesamte Familie. Und das würde ich auf jeden Fall nochmal beleuchten, weil das kann nicht nur dich freimachen, sondern eben auch nochmal rückwirkend sehr positiv wirken auf das gesamte Familiensystem und auch für die Zukunft sehr positiv wirken. Was mir da dann auch immer noch einfällt, ist dieses Findet Nemo. Hast du das gesehen? Habe ich auch gerade daran gedacht. Das darfst du dir unbedingt mal ansehen. Das ist so erhellend, weil die Eltern sind ja auch so wirklich sehr vorsichtig und wollen Nemo immer beschützen, weil er hat ja so eine Flosse, die ist nicht so funktionsfähig wie die andere. Und dann sagt auch diese Dori, die immer so mit dabei ist, ist so ein ganz verwirrter Fisch, der aber ganz voller Lebensfreude ist und sich überhaupt keine Sorgen macht. Der sagt dann ja, aber wenn, weil der Vater sagt, das darf er auf gar keinen Fall machen, es könnte was passieren. Und er ist immer so wirklich überfürsorglich. Und dann sagt so Dori, aber dann kann ja auch gar nichts passieren. Weißt du, und deswegen auch so diese Frage nach der Verknüpfung, weil das, was du mit passieren verknüpfst, ist ja durchaus negativ. Und das, was Dori zum Beispiel mit passieren verknüpft, da ist doch das Leben. Das ist ja wunderschön, da sind die ganzen tollen verschiedenen Dinge zu erleben und zu erfühlen und ich sage jetzt extra nicht zu sehen, sondern weil deine Kinder das anders erleben werden. Aber sie werden da draußen Abenteuer erleben und diese Abenteuer, die werden sie erfüllen sicherlich. Und die werden sie bestärken und die werden sie formen und verändern. Und die sind ganz wunderbar. Das heißt also im Grunde hat der übersorgsame Papa den kleinen Nemo immer vor den Abenteuern des Lebens abgehalten. Und vor der Schönheit und vor dem Erleben und dem Spaß und der Lebensfreude und der Leichtigkeit. Das hat ja auch alles weggehalten von ihm. Und das ist halt die Schattenseite und ich glaube tatsächlich so ist es auch, wenn wir versuchen unsere Kinder immer zu beschützen. Und es hat bei Nemo nicht geklappt. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Und dann hat er das Abenteuer seines Lebens erlebt und das war wirklich sehr spannend. Und ich glaube, wenn es in Balance ist und wir sie mehr lassen, dann erleben sie auch so Dinge, ohne dass sie sich da dann wirklich in Gefahr begeben müssen. Weil er war dann tatsächlich wirklich teilweise war es wirklich dann auch sehr herausfordernd, würde ich sagen. Und deswegen rate ich das wirklich. Ich finde es toll, findet Nemo zu schauen, weil es zeigt einfach, was geschieht, wenn man so helikoptermäßig unterwegs ist. Und ich kenne das selber von mir. Ich habe auch immer meine Schwester so betüddelt. Die war so ein bisschen mein Kind. Und ich habe die erzogen und auf sie aufgepasst und irgendwann habe ich echt gemerkt, dass ich ihr Leben sehr schwer mache damit. Und ihr ständig irgendwelche Ängste von mir überstülpe, die sie sonst gar nicht gehabt hätte. Und dadurch wurde ihr Leben schwer. Nicht durch das, was sie vielleicht draußen erlebt hätte, sondern durch die Schwester, die immer gegluckt hat und aufgepasst hat, dass bloß nichts passiert. Und in dem Moment, wo ich sie endlich mal freigelassen habe, kam sie in eine solche Leichtigkeit. Und ich konnte mich nicht mehr ablenken. Mit ständig auf sie schauen, sondern plötzlich habe ich gemerkt, was passiert, wenn ich niemanden mehr habe, den ich beobachten, beäugen, betüddeln darf. Dann habe ich gemerkt, ach guck mal, da ist ja wirklich noch eine ganz schön große Baustelle, die jetzt mal angeschaut werden darf. Wie geht es mir, wenn ich plötzlich alleine bin? Wie geht es mir, wenn meine Schwester in die große Welt hinausgeht? Wie geht es mir, wenn ich mich mit mir konfrontieren darf? Da wollte ich gar nicht hin. Und deswegen war das sehr heilsam. Dann geht es nämlich los. Da, wo es nämlich wirklich lang geht, bei mir. Und das könnte ich mir bei dir auch vorstellen. Dann darfst du dich neu finden. Dann darfst du gucken, okay, wer bin ich denn auch, wenn ich meine Kinder, die ja fast schon erwachsen sind, der 18-Jährige, wow, also mit 15 habe ich mich zumindest sehr erwachsen gefühlt. Und ich wollte die Welt entdecken. Und ich glaube, wenn du das, wenn du ihnen lässt, wenn du sie alle lässt, dann kannst du dich nochmal viel mehr in den Fokus nehmen. Und vielleicht ist das jetzt auch dran. Ja, das Thema kommt auch, oder das Thema ist gekommen innerlich, weil ich natürlich dieses Begucken, Beglucken sozusagen von meiner Mutter kenne und es auch total als Druck und Last sozusagen empfinde, immer noch empfunden habe auch. Und ich meinen Kindern das jetzt eigentlich nicht mitgeben möchte, deswegen. Eigentlich, oder? Ich möchte meine Kinder loslassen. Ne, sag es ruhig genauso, wie du es gerade gesagt hast. Du möchtest ihnen das nicht weiter mitgeben, weil das ist manchmal Ketten, die über Generationen immer wieder tüttelige, nicht tüttelige, sondern tüttelnde Muttern, Mütter oder Väter, die immer sehr behüten und letztendlich dieses Gefängnis immer weitergeben. Und du kennst es von dir. Und ich glaube, wenn du schon siehst, wie deine Kinder durch die Welt gehen, obwohl sie nicht so gut sehen und das für sie völlig normal ist. Ja, es ist für sie einfach so, wie es ist und sie denken wahrscheinlich weniger darüber nach als du. Und sich das bewusst zu machen, das ist glaube ich genauso wie bei Nemo so gewesen mit seiner Flosse, er kann wunderbar schwimmen. Und er ist ein absolut für sich perfekter Fisch. Und ich glaube, das ist so diese, das eher zu stärken, zu sagen, ey, du schaffst es. Boah, ich möchte mal allein irgendwo hinfahren. Ey, das schaffst du. Und ich erinnere mich da eben an meine Mutter, die, ich war mit 14, da war ich eben noch relativ klein, so sah ich aus wie 11 und dann wollte ich allein in Urlaub fahren. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, das ist so Quatsch, der Junge kommt mit. Und meine Mutter hat gesagt, warte doch mal, was willst du denn machen? Und ja, dann habe ich so Kataloge gewählt und ich bin dann allein nach Österreich zum Surfen, zum Surfkurs gefahren. Und das war wahrscheinlich der Urlaub meines Lebens, weil ich, der hat mein Leben verändert. Ich bin nach der Surflehrer geworden, bin nach Ausgewandert, nach Fuerteventura und, und, und. Und das war eine Schlüsselsituation, in der meine Mutter gesagt hat, okay, es macht mir Angst, aber geh. Und das ist, das ist so ein, das ist Qualität, die Eltern ja wirklich in einem richtigen Moment wirklich aufbringen dürfen, in dem Moment zu sagen, okay, ich habe Angst davor, aber geh, mach's. Und das, weil du kannst sie sowieso nicht beschützen. Und wir wissen nicht, wie lange deine Kinder leben, wie lange du lebst. Es ist einfach, jedes unserer Leben endet mit dem Tod. Und es ist, es ist, das ist das Risiko leben. Und ich glaube, das dürfen wir eingehen. Ich glaube, dass auch du dadurch sehr viel freier wirst. Und nicht sinnlose, kein sinnloses Risiko eingehen. Aber so dieses normale Risiko zu leben, das dürfen wir mit vollem Herzen eingehen. Und da ist eben gut, die Angst zu fühlen. Ja, und du wirst sicherlich auch freier werden. Du wirst merken, dass sehr viel Last abfällt, wenn du immer wieder siehst, wie sie ihre Schritte machen. Und dadurch bestätigt werden. Und immer mehr auch in ihr Strahlen kommen. Und in ihr eigenes und in ihr eigenes Leben. Und du dann eben auch die Möglichkeit hast, dein eigenes Leben wieder mehr zu leben. Und sicherlich ist es auch etwas, was du dir vielleicht in deinem Herzen wünschst. Und es sich deshalb jetzt gerade auch so deutlich zeigt. Genau, das ist nämlich gerade die Phase, dass ich mehr und mehr zu mir kommen möchte. Und spüre, ja dafür, genau, möchte ich die Kinder ab oder loslassen. Genau, weil sonst habe ich gar nicht die Kraft. Und ich spüre mich auch gar nicht so, wo es bei mir so lang geht. Also ist das genau jetzt der Weg. Oh, da kriege ich gern saut. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude. Wir sind alle da an deiner Seite. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Vielen Dank, dass du dich heute so ehrlich gezeigt hast. Und du hast vielen Eltern oder Müttern und Vätern aus dem Herzen gesprochen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwer das ist. Aber es ist die Aufgabe, die wir haben als Eltern. Und dann zu vertrauen und auch sagen, das Leben wird schon richten. Ja, danke. Also bring immer mehr deinen Strahlen in die Welt. Weil dein Strahlen und auch deins Zuhause und auch unser aller Strahlen hier diese Welt noch ein bisschen schöner macht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Danke euch. Danke euch. Danke euch.